Hey Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu Petrovic Let's Plays. Und wir spielen heute Mad Bags weiter. Jawohl, wir sind immer noch in diesem Sturm. Diese eine Kiste ist weggeflossen, weil ich die falsche Knopf gedrückt habe. Komm fahr doch, fahr fahr fahr. Oh mein Motor. Mein Auto explodiert gleich. Ich muss aussteigen. Ich versuch mal, aai, aai. Boah, das ist ganz gefährliche Sachen hier jetzt passieren. Ich muss trinken. Ich muss viel Wasser trinken. Der Chum soll Auto reparieren. Komm schon, komm schon. Wir sollen das aushalten. Wir schaffen das. Max, du schaffst das. Max, du schaffst das. Jawohl, komm. Ausweichen. Ausweichen die Schottteile. Das Auto ist in Grünung, das ist perfekt. Komm, reparsch, Schumpf. Komm, reparsch. Mein Rückwärts. Komm, fahr, fahr, fahr. Komm, fahr, fahr. Komm, fahr, fahr! Komm, fahr! Komm, fahr! Wau, ey! Ist es vorbei? Oh, tschüch, Alter! Was für ein Action! Oh, gib mir zur Husten. Aber zum Glück haben wir drei Kisten gesammelt. Von Schott. Jawohl. Ganz schön viel Schott gesammelt. Durch diese Action. Was wir hatten. da ist noch eine ich hoffe ich krieg die raus ich probier mal mit auto weil da zusammen ist nicht so gute sache kommt schon präpariert das schnell was für ein action komm mit jawohl perfekt jetzt haben wir 900 schrott insgesamt aufgesammelt oder so 800 perfekt so jetzt können wir weiterfahren zu dieser luftballon aussicht aussicht plattform so und dann können wir die gegend angucken was so alles in der gegend rumsteht welche welche bürger und so festen so das muss hier gleich in der nähe sein ja ich kann ihn schon sehen sehr schön das muss hier gleich irgendwo sein ja das ist dieser schrott was wir kaputt gemacht haben mit dieser von dieser auto was wir nicht aufgesammelt haben hier stehen noch zwei autos zack ich mache einfach zack jawohl bisschen schrott sammeln da liegt der schrott in nicht so gute sache äh position meine ich da muss ich die auto wegschieben ok dann mache ich das die ist schon verschwunden ok das ist gut herrausspringen so bisschen schrott sammeln so jetzt können wir weiterfahren also was heißt weiterfahren das muss irgendwo hier ja genau da vorne ist das der luftballon ich weiß nicht ob hier irgendwas noch so zusammen gibt ja es gibt was zusammen benötigt eine explosion ok da habe ich eine kanister oder doch ich habe einen kanister jawohl ich habe nur ein bisschen gelesen und hab die ganze zeit geguckt ob ich eine kanister habe so dahin werfen so dahin werfen jawohl hat geklappt bloß jetzt nicht verbrennen so jetzt hier muss ja hier ist der eingang so bisschen gucken hochklettern wie immer nur auf eine bestimmte position hier kann ich was essen ok lecker schmeckt sehr gut so leben aufgeladen perfekt so ja genau hier rüber klettern langsam rüber gehen so so jetzt bisschen gucken vielleicht irgendwo was versteckt nein habe ich eine eine historische league muss sein irgendwo aber das ist die frage wo kann das sein aber bestimmt auf andere seite weil sonst hier gibt es keine verstecke so jetzt geht's hoch perfekt dann kann ich alles aufdecken und überall gucken was so alles in der gegend gibt welche festen so so noch höher jawohl geschafft grid canyon wow da ist eine festung gut festung ok das ist ein kollege hier ist noch eine festung ölpumpenlager hier sind noch was ok soweit kann ich nicht gucken vogelscheuche noch eine öl ok öl transparent alles klar noch eine vogelscheuche alles klar was ist da was ist da kann man nicht so gut sehen ok alles klar ich glaube das ist was alles aufgedeckt perfekt dann können wir ja dann können wir machen diese diese bunten verteilen können wir machen sehr gute sache bisschen punkten verteilen weil ich habe schon bestimmt schon irgendwelche punkten da aufgesammelt so runter gehen zack perfekt gelandet jawohl so jetzt muss da ist das hier ist diese historische liegt jawohl gefunden barbecue text lesen so perfekt ich liebe auch barbecue party grillen wer mag das nicht so perfekt jetzt teleportiere ich kurz zum gut und stelle auf diese putz crew und guck mal wo ich was anderes finde also da kann da kann ich so gucken wo die die können anzeigen wo die ganze sachen liegen und ich kann zum beispiel bestimmte sache ein oh yo ich habe munition aufgeladen perfekt so was ist das maden farm wasser speicher ok alles klar ah hier 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 das zeigt an wo die ganze sachen rumliegen aber die erste sache direkt vor uns und der andere ist bisschen weiter ja das kann man machen ne bisschen aufsammeln ne geht alles klar so zuerst mache ich diese putz crew was ich muss bisschen suchen ich weiß nicht mehr wo das ist wo diese putz crew ist muss bisschen suchen ja hier ist das putz crew aufstellen jawohl perfekt sehr schön hier hier ist es mindful da kommen jetzt mehr leute in diese festung und die wird mehr beworben also mehr leute kommen dazu so jawohl perfekt das ja das ist eigentlich gute sache diese wasserspeicher aufstellen wenn ich wieder herkomme in diese festung dann kann ich dann kriege ich direkt volle wasser warum nicht deswegen machen wir mal gleich das sagen wir erst mal die erste was das für information a quest bestimmt in welcher quest oder ist das da drinnen ich glaube das ist da drinnen nein ist nicht drinnen ist draußen das muss irgendwo hier sein der typ steht irgendwo hier er gibt uns kleine info so perfekt gepackt so der hat irgendwelche informationen für uns die hat mir irgendwas erzählt alles klar ich habe genau nicht gelesen ok suchen wir mal diese wasserspeicher oh ja ja gefährlich da kommen gegner ich versuche mal abzuhauen obwohl kann ich kämpfen nein ich will keine leiche mitnehmen ich will nur den typ rausziehen nein nicht diese leiche ich brauche nur den fahrer hey wieder auf diese leiche weißt du weißt du weißt du weißt du so jetzt kann ich zack komm her so liebe freunde ich mach mal jetzt hier pause und wir sehen uns nächstes mal tschüss so